Ja Leute, ich bin's wieder und heute mal mit einem spontanen Posing, was ich heute Morgen nach dem Aufstehen direkt abgefilmt habe. Ja, morgens bin ich nicht so gesprächig, deswegen mache ich das einfach jetzt hier. Ich bin ja diese Woche am Entladen und zwar mit 2000 Kalorien, also ich esse quasi nur Eiweiß, ein bisschen Fett und der Rest ist nur Ballaststoffe. Ja, aktuelles Gewicht ist jetzt bei 80,4 heute Morgen gewesen. Ja, heute ist Donnerstag, morgen Freitag und Samstag entlade ich auch nochmal. Und dann schauen wir mal, Sonntag gibt's auch nochmal das Posing Update, also nicht verpassen. Und ja, ich sag jetzt einfach mal, macht euch selbst ein Bild von mir und viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.